jetzt kann man das licht anmachen das kabel rausnehmen und wieder einsetzen erkennt er das apple gerät fragt mich ob ich apple plane nutzen möchte und wird jetzt sehr lange verbinden bis er mir sagt dass es nicht mehr kann bis ich das auto neu starte oder das system neustart kabel ist unten, Handy ist verbunden, ich glaub man sieht sogar in der Reflektion same shit every day schwarzes green wurde gefahren jawohl perfekt also zack system neu start jetzt ist ganz hervorragend während der fahrt dass man ca. zwei minuten sich mit dieser scheiße beschäftigt wenn man abgelenkt ist man muss also bevorzugt rüberfahren kann man nicht immer wenn man auf der autobahn ist zum beispiel ja ja klasse klasse Vielen Dank.